und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir hier die suche nach 99 hat ein ende wir können unser set zu machen lange haben wir darauf gewartet 35 wochen insgesamt mussten wir jetzt haben wir korrekte gesammelt haben gold und silber trikots eingetauscht für diese hutsch 99 collectibles um ihn dann an den ultimativen 99 zu kommen damit alle um 15 uhr wo normal diese setzimmer kommen gewartet und gewartet und es kam nichts zwei stunden später war dann level 40 online wir brauchen 20 collectibles für so einen hut 99 token den alles sofort ein set reingesteckt hier dreieck oder y gedrückt wie blöd und es passiert nichts jetzt haben wir 22 auf 50 also ich denke mal dass dann um 23 uhr das ganze ding auch zugemacht wird warum ist es den ganzen tag und hat warten lassen weiß ich nicht wie ich sag das ganze konzept dieses jahr zu für mal zur auffrischung für leute die das die dieses jahr schnell zum ersten mal spielen in der vergangenheit gab es immer frühling sommer herbst und winter collectibles auch nicht in der reihenfolge es gab collectibles die kommen wir unter dem jahr mehrmals einlösen für zwei collectibles gab es im basis pack für drei in premium pack für 40 gab es ein x-faktor choice pack für 80 gab es ein power bike und choice pack dieses jahr ist also in haufen geschmissen worden eben durch diese 99 oder 99 die uns heute in den 99 choice pack garantiert da waren am anfang vom spiel auch nur kailma karl und connor bedarr bekannt sollten weitere im laufe laufe des jahres folgen also ich sag jetzt acht minuten vor 23 uhr warten immer noch darauf dass uns weitere bestätigt werden auch wurde uns der am anfang als gratis versprochen ich habe das mal als ausgerechnet habe man die jede woche aufgeschrieben was wir gebraucht haben von anfang an habe immer den preis dazu genommen pro objekt das heißt vier goldspieler zu dem zeitpunkt da reden wir noch recht am anfang war bei 1350 ist dann nachher ein bisschen billiger geworden die goldspieler haben einmal 65 stücke sind wir gleich bei 58.000 haben alles durchgerechnet was das ganze kostet roundabout sind wir hier bei um die um die 370.000 münzen was wir jetzt für diesen 99 investiert haben bisher ist ja generell für den 99 net verkehrt dass man diese summe zahlt habe ich gesagt das ganze wurde als 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 free als gratis als eben neuerung zu den letzten jahren mit diesen saisonalen connectors angekündigt und dann muss man 370.000 euro investieren klar die ganzen sachen wo man da investieren muss hat man nach und nach sowieso gezogen aber gerade silbertrikots die waren irgendwann rar es gab einmal kurzzeitig ein set mit gold logos das ist dann gleich wieder entfernt worden ja jetzt wappen noch mal ab und gucken was nachher kommt dann machen wir die große auflösung also im nachhinein so sehr ich diese saisonalen collectibles verfluchte weil irgendwann musste man dann wieder herbst collectibles zum winter collectibles eintauschen wenn auch welche übrig hatte und nicht unbedingt ein set zu machen wollte damit am anfang musste man die einzeln machen irgendwann später gar in späteren spielen auch in späteren spielen in späteren das heißt von winter fooling zum beispiel gab es dann eben auch setz wo man zehn stück direkt auf einmal umtauschen können nicht hier 40 stück einzeln umtauschen können so was nämlich vorher wenn es dann nachher in vier minuten gleich wirklich nur konner bedarren kei makar da stehen oder kommen stehen viele ich genauso auf ziemlich ziemlich bedröppelt da ich mein makar wie sowohl team auf die als auch team auf der season bedar kein spiel nicht unbedingt mag und auch im team haben möchte und selbst wenn kann immer noch immer noch die die team of the season machen also da ich spannend genau so wie ich gespannt bin aber normal müsste jetzt diese karten zumindest bedar und makar dann eben auch die die x faktor die team of the season team of the year eben auch auf 99 steigen drei minuten noch wir haben vorhin schon geflaxt dass wahrscheinlich bei ea hat selber die festgestellt haben so obi das ist heute jetzt noch karten und layout basteln müssen das hat schon uns lehren und jetzt ist es soweit wir haben neben makar und bedar noch roman jose sergi boborowski leon dreiseite und sydney crosby schauen wir uns mal genau an und dann gucken wir mal wählen und wie wir natürlich auch die team of the season beziehungsweise x faktor kann man den spielern ausschauen fangen wir erst mal mit den spielern die wir schon kannten einmal haben wir konnten den 99er konner bedar center linker flügelspiel eigentlich vollkommen egal 1 78 mit 84 kilo spielmachner angreifer tube angreifer scharfschutz jemand synergien bringen bei der karte gar nichts mehr der ist überall bei 99 also selbst ausdauer also synergien bringen gar nix halt super star fähigkeit einmal schnapp schnapp kreisel schock methode alles abschütteln lacrosse schlägern die goldene urgewalt würde ich glaube ich maximal alles abschütteln gehen vielleicht noch schnapp schnapp oder kreisel ich soll alles bei 99 das inkludiert aber natürlich auch die die aggressivität und und ja gut das ist auch bei 99 also komplett 99 karte ich kann jetzt nicht wirklich müssen wir gucken wer das ist aber jedenfalls hier alles auf 99 bei conner bedar seine team residen wir auf 99 gestiegen auch alles bei 99 außer die ausdauer dies nur bei 2 90 da bin immer aussicher mit den passenden synergien kann man da auch noch ein bisschen nachheben was zumindest noch ein bisschen hoch geht aber die mit karte damit auch am ende können keine weiteren upgrades bekommen ebenfalls komplett bei 99 ist keil makar linker verteidiger aus colorado 1 18 85 kilo wie sagt die synergien auch total zweitrangig da kommt sie auf die fähigkeiten aber kreisel urgewalt shutdown sehen das auge schneller pick und goldene schläge hoch welche wahrscheinlich hier beim beim shutdown auch hier alles komplett bei 99 nichts was irgendwie runterhängt sondern alles komplett bei 99 seine x-faktor kann damit auch bis 99 upgrade bar links nur bei bei 89 ausdauer das ist das einzige was nicht bei 99 89 ausdauer und das fehler ist bei 78 okay auch da muss man wirklich mit synergien nachhelfen dass es noch ein bisschen höher wird also kommen wir zwar auch in den mittleren 90er bereich noch hoch dementsprechend wie gesagt so würde ich die karte auch anpassen wenn ihr noch die x-faktor habt und nicht den tausch zur team of the season oder team of the year gemacht habe dann würde ich dann dementsprechend synergien so anpassen dass dann hier zumindest die ausdauer noch weiter hoch geht die team of the year und team of the season zumindest laut aktuell schon nicht gestiegen wie ich sage ich denke mal das wird bald nachgezogen ich gehe davon aus dass im endeffekt alles genauso sein wird wie über der x-faktor heißt alles bei 99 außer vielleicht kämpfen phase of und eben die ausdauer ausdauer war bei der team of the team of the year zumindest bei 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 90 bei der team of the season hat man es schon auf 94 hochgebracht also das macht bei hauses auch bei 90 ich denke mal dass das das noch ein bisschen steigen wird aber das sehen wir dann wenn es dann auch voll durch ist jetzt kommen wir zu den spielern die jetzt neu für uns sind die uns nicht bekannt waren dass die nur 99 karte bekommen damit ich einmal sergio borowski goalie aus florida mit 1 88 und 82 kilo ja auch synergien komplett zweitrangig wie ich kann aber leichte arbeit forst zu forsten schmellings effekt no timer letztes gefecht nur gold der showstopper ja kann man ja mit letzten gefechten kann man ja mit showstopper gehen kann man ja mit leichte arbeit gehen sonst auch hier jeder wert komplett bei 99 und hier hängt die team of the season auch noch hinterher ich hoffe die kriegen mögliche upgrades ich meine bei ich weiß nicht ob ob betage auch vor bei 99 war ehrlich sagt aber ich denke mir trotzdem dass die nach und nach noch den upgrade kriegen würden zumal sie von borowski auch noch eine eine neue stand die cup gerade raus kam also dann musst du dir musst du auf jeden fall noch steigen zunächst einmal den 99er roman josi aus nashville rechter verteidiger in 85 groß 91 kilo auch hier synergien wie gesagt zweitrangig superstar fähigkeiten schick schon zehnes auge auserkornes vorbild kreisel schneller pick goldene shuttdown wird hier fast reichen goldene shuttdown und zu machen hier komplett alles bei 99 hier ist die team of the season show auf 99 gestiegen außer bei der ausdauer sind wir bei 90 kämpfen ist bei 70 und phase office bei 84 mal gibt es schlimmere sachen als das und die x-faktor karte ebenfalls auf 99 abgabbar hier auch ausdauer 90 kämpfen 70 und phase of reading 78 als nächstes haben wir den 99er sydney crosby von den pittsburg penguins auch hier center rechter flügel vollkommen egal 1 80 groß 91 kilo auch synergien sind egal dazu mal die superstar fähigkeiten grann aus rückhand kreisel urgewalt schnapp schnapp mega ablenkung und das goldene außer korne vorbild ja gut fähigkeiten würde hier wahrscheinlich mit schnapp schnapp gehen vielleicht noch mit kreisel dann hört es aber auch schon auf ihr auch komplett alles bei 99 seine x-faktor damit auch auf 99 abgabbar hier das einzige ausdauer ist bei 88 und kämpfen bei 75 sonst aber auch alles bei 99 und als letztes von den edmonten eulers gerade ins stand the cup finale eigentlich zu eingezogen gegen die florida pandas haben wir von den edmonten eulers den 99er leon drei seite ist auch hier sender rechter flügel vollkommen egal 1 80 groß 94 kilo mit egal synergien dazu noch urgewalt puck am faden one t pritziger pass kreisel und goldner schnapp schnapp alles bei 99 gibt es nichts daran zu meckern klasse hier die team of the season eben schon ebenfalls schon auf 99 gestiegen die war ja auch kaum zu kaum zu machen kaum zu bekommen irgendwie außer durch ein zufalls choice back hier ausdauer ist bei 90 kämpfen bei 70 das war es dann aber auch schon alles anderen sachen sind bei 99 jetzt kommt natürlich die frage wie nimmer also auch noch nicht auf 99 ist fällt bei mir kalmer k schon mal raus wobei ich noch grad sehe dass die fähigkeiten punkte auf 95 gestiegen sind auch sehr groß gefällt bei mir raus ist bei mir nur backup goalie also auch wenn der 99 glaube ich würde ihn als nummer eins spielen lassen und dann im goal in dem ich weiß nicht groß habe ich die x-faktor kann die ist warum auch immer noch nicht upgrade bar auf 99 wie gesagt bei der basiskarte haben was sehen bei meiner hier noch nicht mal wie gesagt es wird alles nach und nach erst kommen wer weiß wie kurzfristig das ganze wirklich heute noch implementiert haben aber auch da jetzt in downgrade zu machen wenn ich fast ein bisschen viel arbeit verliebt mal auf den power collector was fällt bei mir auch immer mit auch raus heiß bleiben noch jossi und dreiseidel für mich persönlich jetzt über bei jossi könnte man nachgängig noch die team of the season karte bauen wo ich jetzt auch gerade extra dran bin und habe direkt eine 99 team of the season karte bei dreiseidel gibt es im aktuellen event ja noch die die power up karte von von dem standing cup hero die geht allerdings nur bis 5 bis 6 ja bis 96 muss jetzt selber nachschauen heißt für uns also wir nehmen leon dreiseidel also ich könnte ja jeden verstehen wenn er nämlich so goalie würde ich nicht nehmen die x-faktor von mark h kommt man doch noch ran können wir noch zu team of the season machen x-faktor von crossby gibt es noch gut keine team of the season aber zumindest eine abgebahre karte jossi ist der einfachste noch zu machen bei bedar schaut es schwieriger aus weil die weil die die 87er next gen karte die man dann noch upgraden konnte auf 96 und eben jetzt auf 99 dann und 1000 team of the season ist schwer zu bekommen also wäre so der 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 logisch der für meinen fall jetzt zumindest leon dreiseidel und den nehmen wir auch wie so immer wenn ich ein video macht update fünf minuten später zum lieben sei beendet gehabt markar jetzt auch auf 99 hoch und anschauen wie gesagt hier bei der aus hat sich nichts getan sind wir bei 90 geblieben aber hier jetzt auch mit synergien kommen und auch gut hoch ich glaube man kommt sogar noch weiter hoch tube angreifer sind wir bei 97 also 97 ihr maximum dabei wird es auch bleiben und auch crossby jetzt upgrade bar auf 99 als normal vier bloß 6 und 10 normal 18 power collectables ja eigentlich lohnt sich der upgrade komplett durch zu machen aber wenn dann wirklich dass die 99 da steht also kann ich jeden verstehen das macht und sergei borbrowski leute ich schneide das video ist nicht neu rum aber auch sergei borbrowski jetzt auf 99 also merkt euch erst mal raus und dafür drei sattel rein frage die jetzt übrig bleibt ist natürlich was passiert mit den collectables die wir jetzt noch haben die ich habe jetzt manchmal im disco gelesen die können das jetzt zwar zumachen und trotzdem noch über 60 über ich habe die ja unregelmäßig gesammelt aber doch bin doch dran geblieben bei meinem nebenaccount bin ich noch wochen hinterher bin ich glaube ich erst bei level 34 da brauche ich noch einiges aber da wird es jetzt gespannt zu sein zu sehen zu sein was mir mit den restlichen übrigen collectables noch kommen die wir machen können mit dem wir uns ja jeden tag wo wir uns jeder verdienen indem uns einloggen oder eben irgendwelche aufgaben abschließen schon mal kurz rein was noch so kam für 180 stanley cup collectables könnt ihr einen zufälligen ich hasse dieses wort zufälligen stanley cup pro für der runde vier bekommen da haben wir diesmal oel wir haben einen eckblatt kevin stehnlund tambo broski der eh schon bei 99 ist okay montour reinhardt das sieht man ich glaube ich das ist wirklich kurzfristig zusammengeschustet wurde sonst hätten wir jetzt keine broski karte die von 96 auf 98 steigen kann okay war kochberg und kater reiner dazu haben wir noch corey perry karten wir war jetzt mit fünf verschiedenen teams im finale sogar mit in fünf jahren mit vier verschiedenen teams im finale sowas da kann nur die edmond eulers karte steigen die ist damit in diesen in diesen playoff rhythmus mit drin wo die karte auf 98 gehen kann und bürste con smites trophy bin dann auf 99 aber eben nur die edmond eulers karte also nicht die tamper bay dallas anaheim oder montreal karte dann für alle die jetzt noch nicht genau wissen wen sie nehmen sollen vielleicht sogar noch ein bisschen zeit haben wenn sie nehmen sollen also wie gesagt gibt da paar optionen sind alle karten meines 99 ist alles gut wie gesagt ich daher lassen wir eben ein paar noch machen kann und wie gesagt der goal nicht unbedingt euch weiterhilft wer ich eben bei drei seiten oder conner bedar das sind so die einzigen optionen die man nicht mehr wirklich reinkommt damit zum nochmal ende dieses sehr verwirrenden videos vielen dank fürs einschalten ich hoffe dass es nächstes jahr wieder wieder lieber man ich habe die ist jetzt mal in sachen echt nicht gemocht aber war besser als dieses jahr wo man zumindest unterm jahr ein bisschen was machen konnte ein bisschen was tauschen konnte als das da hier das ist ja wie gesagt recht recht halsbrecherisch am schluss irgendwie daher kam na gut wie lange für das einschalten sauber bleiben so schaut's aus ciao ein bisschen mehr Untertitelung des ZDF, 2020